Die Analyse einzelner Texte ist zwar technisch anspruchsvoll, aber nicht wirklich interessant. Spannender ist die strukturierte Analyse von mehreren Texten in einem Durchlauf. Dazu brauchen wir ein paar vorbereitende Schritte, die wir uns angewöhnen, bevor wir eine automatische Textanalyse starten. Diese Schritte folgen eigentlich immer den gleichen Regeln, die ich Ihnen in diesem Video als Rezept vorstelle. Die Schritte sind 1. die Organisation von Texten in Dateien, 2. die Organisation von Textdateien in einem oder mehreren Verzeichnissen, 3. das Einlesen der Dateien in unserer Arbeitsumgebung und 4. das Nachverfolgen der Dateiinhalte bei der Analyse. Für diese Schritte verwende ich die Funktionen und Data-Wrangling-Strategien der Tidyverse-Bibliotheken. Der erste Schritt betrifft die Organisation von Texten in Dateien. Das Ziel dieses Schritts ist es, die Daten so vorzubereiten, dass wir sie leicht in einer R-Probe zusammenführen können. Denn unsere Texte sollen am Ende strukturiert in einem Vektor abgelegt sein. Falls ein Fragebogensystem offene Antworten im CSV-Format ausgibt, dann lassen wir die Antworten natürlich in diesem Format. In diesem Fall liegen die Texte ja schon als Stichprobe vor. In allen anderen Fällen wollen wir immer einzelne Texte in eigene Dateien speichern und nicht alle Texte in einer großen Datei ablegen. Dieser Punkt ist besonders wichtig, wenn wir viele kurze Texte haben, denn es ist verführerisch, diese Texte einfach in die gleiche Datei zu schreiben. Wenn wir die Texte in eigenen Dateien auf unserem Computer speichern, dann tun wir uns in der Folge leichter, die einzelnen Inhalte auseinanderzuhalten. Außerdem wollen wir die Texte immer als NUR-Text speichern und nicht als Word-Dokumente oder Ähnlichem. Zur Analyse von Texten aus offenen Fragen von Fragebögen oder strukturierten Interviews behandeln wir jede Antwort auf eine Frage und jeden Teil eines Interviews als eigenständigen Text. Das bedeutet, dass wir jeden Text konsequent in einer eigenen Datei speichern. Bei strukturierten Interviews benennen wir die Dateien so, dass wir die Antworten einer Person zurückverfolgen können. Am besten nummerieren wir die Teilnehmenden und benennen dann unsere Dateien mit der jeweiligen Nummer. Bei mehreren Fragen erstellen wir Unterordner für die Antworttexte. Das bringt uns zum zweiten Schritt. Der zweite Schritt betrifft die Organisation der Dateien in Verzeichnissen. Grundsätzlich gilt, dass wir die gemeinsam zu analysierenden Texte in das gleiche Verzeichnis speichern. Bei strukturierten Interviews legen wir für jede Teilfrage ein Verzeichnis an, um dort die zugehörigen Transkriptionen abzulegen. Die Verzeichnisse benennen wir so, dass wir leicht erkennen können, welche Texte dort abgelegt sind. Dabei vermeiden wir Leerzeichen im Verzeichnisnamen. Um die Inhalte in den Verzeichnissen besser zu finden, überlegen Sie sich vor Ihrer Transkription Kürzel für die unterschiedlichen Fragen, die Sie für Ihre Verzeichnisnamen verwenden. Dokumentieren Sie diese Kürzel unbedingt in Ihren Arbeitsbericht. Damit wir im nächsten Schritt leichter an die Daten kommen, verschieben wir die Ordner in das gleiche Verzeichnis, in dem auch unsere Arbeitsumgebung läuft. Nachdem wir die Texte in Dateien abgelegt und in Verzeichnissen organisiert haben, können wir sie in unseren Notebooks einlesen. Ihre Arbeitsumgebung sollte deshalb Ihr Notebook und das Verzeichnis mit den Texten enthalten. Beim Einlesen wollen wir auch nicht jeden Dateinamen einzeln angeben. Stattdessen lassen wir uns von R alle Dateien in einem Verzeichnis ausgeben. Das erreichen wir mit der Funktion List Files. Der erste Parameter dieser Funktion erwartet das Verzeichnis, in dem wir unsere Texte abgelegt haben. In meinem Beispiel habe ich das Verzeichnis wenig kreativ Beispieltexte genannt. Mithilfe des zweiten Parameters können wir das Ergebnis auf Dateien mit der gleichen Dateiendung beschränken. Bei Textdateien wäre das Punkt TXT. Weil der zweite Parameter als regulärer Ausdruck behandelt wird, müssen wir den Punkt durch zwei umgekehrte Schrägstriche schützen. Ein Dollarzeichen am Ende der Zeichenkette stellt sicher, dass wir nur Dateiendungen berücksichtigen. Das Ergebnis ist eine Liste, die wir als nächstes mit einem Stichprobenobjekt erweitern. Das erreichen wir wie immer mit der Tibble-Funktion. Unsere Liste mit den Dateinamen weisen wir hier dem Vektor Datei zu. Jetzt können wir die Dateien mithilfe der ReadFile-Funktion einlesen. Dazu isolieren wir zuerst den Dateienamen mit der GroupBy-Funktion. Danach reichen wir das Ergebnis an die Mutate-Funktion weiter und erstellen damit einen neuen Vektor mit dem Namen Text. In diesem Vektor speichern wir das Ergebnis der ReadFile-Funktion für den jeweiligen Dateinamen, der im Dateivektor steht. Wir müssen hierbei berücksichtigen, dass wir unbedingt die GroupBy-Funktion zuerst aufrufen, weil sonst ReadFile nicht weiß, welche Datei eingelesen werden soll. Weil unsere Dateien in einem Verzeichnis liegen, müssen wir das Verzeichnis vor den Dateinamen hängen, bevor wir die Datei einlesen können. Das erreichen wir mit der strc-Funktion. Wir übergeben der Funktion den Verzeichnisnamen und den Dateinamen als Parameter. Abschließend fügen wir noch den Parameter ZEP ist gleich Schrägstrich hinzu. So erzeugen wir einen Dateipfad aus unseren Zeichenketten. Das Ergebnis dieser Operation übergeben wir der ReadFile-Funktion. So weiß die Funktion, welche Dateien sie einlesen muss. Abschließend geben wir die Isolierung mit der Ungroup-Funktion wieder auf. Das Ergebnis speichern wir in der Variable alle Texte ab, damit wir unsere Texte in der Folge analysieren können. Auf diese Weise können wir schnell viele Dateien in unsere Arbeitsumgebungen einlesen. Der letzte Vorbereitungsschritt dient der besseren Nachverfolgung unserer Texte. Diesen Schritt brauchen wir, weil wir viele Transformationen unserer Texte vornehmen werden und am Ende jedes einzelne Token weiterhin auf die ursprünglichen Texte zurückführen müssen. Damit wir das im Verlauf unserer Analyse können, nummerieren wir unsere Texte durch. Am schnellsten geht das, indem wir die Datensätze mit der Funktion RowNumber durchnummerieren. Diese Funktion gibt uns die Zeile zurück, in der ein Datensatz steht. Wir mutieren also unsere Stichprobe und fügen einen neuen Vektor mit dem Namen TextID hinzu. Diesen Vektor befüllen wir mit den jeweiligen Datensatznummern, die uns die Funktion RowNumber liefert. Das Durchnummerieren erleichtert uns die Arbeit mit den Datensätzen im Vergleich zum Dateinamen. Damit wir nicht vergessen, dass diese Nummer wie der Dateiname ein Nominalwert ist, wandeln wir den Vektor noch mit der Faktorfunktion in eine Kategorie um. Wir verhindern so versehentliche Analysen, die wir für diesen Vektor natürlich nicht durchführen dürfen. Abschließend überschreiben wir unsere Eingabevariable alle Texte mit dem Ergebnis. Jetzt haben wir eine Stichprobe erstellt, die wir für die weitere Textanalyse verwenden können. Der zentrale Punkt dieser Schritte ist die Nachvollziehbarkeit unserer Vorgehensweise bei der Auswertung unserer Daten. Das Durchnummerieren der Daten hilft uns, unsere Ergebnisse auf die ursprünglichen Ausgabetexte auch nach mehrfachen Transformationen zurückzuverfolgen. Dazu müssen wir unsere Texte natürlich zuerst einlesen. Damit das schnell geht, sollten wir die zusammengehörenden Texte in Verzeichnissen ablegen. In diesen Verzeichnissen ist jeder zu analysierende Text in einer eigenen Datei gespeichert, die wir nachvollziehbar benannt haben. Mit diesen Vorbereitungen können wir nun mit der Textanalyse beginnen. Aber das ist ein Thema für ein andermal. Das ist ein Thema für ein undermal. Nur die Tagesfalle. Vielen Dank.